Was ist das Projekt Rotational Detonation Combust? Das Projekt Rotational Detonation Combust ist für uns ein sehr wichtiges Projekt. Es ist ein Projekt, das eine völlig neue Technologie in die Gasturbine bringen will. Bei uns am Lehrstuhl geht es im Allgemeinen darum, wie können wir Energie zu niedrigen Preisen offerieren, aber bei ultraniedrigen Schadstoffemissionen. Und wie können wir Flugzeugtriebwerke effizienter machen und damit weniger CO2 freisetzen, aber auch weniger NOx. Und dieses Projekt hat ein großes Potenzial in dieser Richtung, tatsächlich den Wirkungsgrad zu steigern und die Schadstoffemissionen zu senken. RDC steht für Rotating Detonation Combust, also eine Brennkammer, in der sich eine Detonationswelle als Verbrennungsprozess ausbildet. Und das ganze System besteht aus einem einfachen Zylinder, in dem ständig neuer Brennstoff-Luftgemisch hinein injiziert wird und eine Detonationswelle so lange umläuft, wie neues Gemisch nachströmt. Also das Tolle an diesem Forschungsthema ist natürlich, dass es sich dabei um ein sehr innovatives Konzept handelt. Das heißt, diese Nutzbarmachung von Detonationswellen in technischen Anlagen ist eigentlich eine sehr junge Wissenschaft. Man forscht daran eigentlich erst so seit zwei bis drei Jahrzehnten, was für ein technisches System eine sehr kurze Zeit ist. Es gibt noch sehr viele Herausforderungen, die da zu meistern sind. Und zum anderen ist es natürlich einfach sehr aufregend. Also allein schon der Name, man beschäftigt sich mit Detonationswellen. Das ist einfach für so einen Ingenieur ein tolles Thema, würde ich einfach sagen. Also das klingt aufregend und ist es auch. Also man arbeitet hier mit sehr energiereichen Systemen. Die haben sehr viel Energie eben, sehr viel Leistung, die man eben bändigen muss und kontrollieren können muss. Und das macht das Ganze eben zu so einer tollen Herausforderung. Und das ist eben alles computerkontrolliert. Das heißt, wird der Schwellwert hier überschritten. Wir werden sofort alle Systeme heruntergefahren, die Gaszufuhr zum Gebäude wird abgeschnitten. Und das System wieder in einen sicheren Zustand versetzt. Ich denke, es ist eine sehr gute Möglichkeit, ein Teil einer internationalen Gruppe zu sein. Wir sind das erste Forschungsgruppe in Deutschland, um die Rotation-Detonation-Combustion zu schauen. Und wir haben viel gelernt, von unseren amerikanischen Unterparten, durch Professor Effi Guttmark. Und dann haben wir auch wirklich able zu interagieren, mit vielen anderen Forschern, auch in Europa und in den USA. Juste letzte Woche, wir hatten eine Meeting mit Leuten von, ich denke, 7 verschiedenen Organisationen in Europa, um wie wir können PGC entwickeln, und wie wir können die Rotation-Detonation-Combustor, und wie wir für die Unterstützung finden können, um über 15 verschiedene Ph.D. zu finden, um über 15 verschiedene Ph.D. zu finden. Wenn wir die Proposal zu den Einzelnen-Combusten-Foundation, wir haben, in Berlin gearbeitet, in den USA, in den USA, mit dem Thema Pressure-Gain-Combustion, für bereits 15 Jahre. Wir hatten viel Erfahrung mit dem, wir hatten viele Projekte. Wir hatten viele Projekte. wenn wir die Möglichkeit haben, zu schreiben, die Idee war, zu bringen diese Technologie, also zu Berlin. Es ist eine andere Umgebung, aber hier in Berlin wir haben ein neues Laborator, das hier gebaut wurde, so es ist ein dedicated Ort, um die Forschung zu machen, und es ist sehr convenient, zu machen es so. Und all die Unterstützung, die wir hier bekommen, von der Technik und der Maschinen-Shop, macht die Forschung sehr gut und sehr effizient. Also der Klimawandel stellt uns ja vor ganz besondere Herausforderungen, vor allem uns als Verbrennungsingenieure. Wir müssen Emissionen reduzieren und die Nutzbarmachung von Detonationswellen hat eben den großen Vorteil, dass man den Brennstoff effizienter nutzen kann. Das heißt, man braucht weniger Brennstoff, um die gleiche Leistung wie im konventionellen System zu bekommen. Und daher kann man eben mit diesem Forschungsprojekt einen sehr großen Teil dazu beitragen, hoffentlich in Zukunft Brennstoff einzusparen und damit Emissionen langfristig zu reduzieren.